Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Vorarlberg ist rund um die Uhr mit mindestens zwei Personen besetzt. So natürlich auch zu Weihnachten. Marthe Christoph wird am 24. Dezember den Nachtdienst übernehmen. Und dies nicht zum ersten Mal. Das ist eigentlich ein Dienst wie der andere. Wir verlegen die Feierlichkeiten in der Familie einfach ein paar Stunden vorher. Und soweit eigentlich keine Besonderheit. Bei diesem Beruf muss man damit rechnen. Und ist auch gerne dafür da, auch am 24. oder an Silvester unseren Dienst zu machen und den Menschen, die Hilfe brauchen, Hilfe zu schicken. Wie sieht denn nun bei Ihnen dann dieser 24. Dezember aus? Wann beginnt denn Ihre Arbeitszeit? Wir werden am frühen Nachmittag mit der Familie Weihnachten zu Hause verbringen und sozusagen die Geschenke auspacken. Und um 19 Uhr werde ich dann hier meinen Dienst beginnen und von 19 Uhr bis 7 Uhr früh, wie gewohnt, das Land betreuen. Und das macht Ihnen nichts aus? Nein, das macht mir nichts aus. Wenn man diesen Beruf hat, weiß man im Vorfeld ja schon, dass man solche Dienste hat. Und da habe ich auch mal frei, wenn andere arbeiten. Und das ist auch in Ordnung so. Nun ist es ja bereits das zweite Mal, dass Sie Dienst haben zu Weihnachten. Ist es dann eher ruhig in dieser Nacht oder kommt es da zu vielen Zwischenfällen? Das ist unterschiedlich. Bei Silvester ist das Einsatzaufkommen doch eher etwas höher wie zu Weihnachten aus Erfahrung. Aber wir werden sehen, was die Nacht bringt. Gibt es auch irgendetwas Weihnachtliches in der Zentrale? Ja, wir haben einen Krischbaum aufgestellt und den haben wir auch selber geschmückt. Und dazu haben wir auch eine schöne, wunderbare Krippe, die ein Kollege gerabacht hat, von zu Hause aufgestellt. Und somit haben wir auch in der Einsatzleitzentrale der Rettungsfeuerwehrleitstelle Vorarlberg doch etwas Weihnachtsstimmung. Was sagt Ihre Familie dazu, dass Sie am 24. nur halbtags da sind? Überhaupt kein Problem. Die wissen, was ich für einen Beruf habe und die Familie ist hier eigentlich auch sehr flexibel und das passt so.